In diesem Video werde ich dir ganz kurz erklären, wie du dich ganz effektiv auf den Unterricht vorbereitest. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Diesmal die rechte Hand, nicht die linke Hand, wie sonst immer. Übrigens, der Bartzab, dürfen sich auch viele drüber freuen. Ist jetzt glaube ich auch schon nach ein paar Videos so, ich vorproduziere die ja immer. Genau, heute geht es darum, wie du dich wirklich effektiv auf den Unterricht vorbereitest. Denn das ist eine Sache, die viele, wo ich immer wieder merke, machen viele gar nicht. Und ich habe es zeitlang auch nicht gemacht, aber als ich begonnen habe, das zu tun, habe ich einfach gemerkt, meine Mitarbeit und dementsprechend auch all meine Noten einfach komplett durch die Decke gegangen. Deswegen bitte, bitte unbedingt für den Unterricht vorbereiten. Ja, damit meine ich nicht nur das am Abend davor wiederholen, sondern wirklich sich vorbereiten. Wirkt am Anfang wie so eine unnötige Extraarbeit, aber es dauert eigentlich gar nicht so lang. Und wenn du es nur ein bisschen machst und es zu gewohnen, dann wird es auch vollkommen normal für dich. Und du wirst einfach so viel besser in den Unterricht sein. Ja, das heißt, wie bereichst du dich besser für den Unterricht vor? Natürlich solltet ihr am jeweiligen Nachmittag, vor dem nächsten Schultag, natürlich eure Sachen nochmal lernen, wiederholen, wenn ihr irgendwo abgefragt werden könntet, euch die Sachen nochmal anschauen. Das ist vollkommen klar. Aber ich würde euch dann empfehlen, entweder ganz am Abend oder eigentlich noch besser, in der Früh des nächsten Morgens, also wo dann wirklich der Schultag ist, dir einfach die Schulfächer anzuschauen, welche Schulfächer hast du überhaupt, und dich dann auf jedes Einzelne nochmal vorzubereiten. Das bedeutet, dass du im Prinzip zum einen natürlich die Sache nochmal anschaust. Vollkommen klar. Aber was ich dir empfehlen würde, bevor du, das ist quasi die EA-Methode, könnt ihr auch hier rechts oben, hoffentlich ist sie verlinkt, Sydney, unser Cutter, bitte verlinkt die da. Beim letzten Video hat er es vergessen. Da kannst du dir die ganze EA-Methode anschauen, aber jetzt hier nochmal im Mini-Format für diejenigen, die jetzt die EA-Methode schon kennen. Die werden jetzt mit dem, was ich jetzt sage, sehr schnell was anfangen können. Und zwar, anstatt, dass ihr euch dann am Morgen die Sachen wieder durchlest, versucht wirklich einfach, bevor ihr irgendwas macht, euch in jedem Fach aufzuzeichnen, also einfach aufzuschreiben, was ihr da alles gemacht habt. Ja, also wirklich, die, keine Ahnung, in Bio nehme ich immer gerne die Zelle, ja, wirklich die Zelle nochmal aufzuzeichnen. Also wirklich ohne Hilfe zu versuchen, die Information abzurufen. Wirklich zu versuchen, das hinzuschreiben, was eventuell auch gefragt werden könnte. Weil, das hilft natürlich mega stark, weil wenn eine Abfrage kommt, ein Test kommt oder auch du dich einfach mit der Mitarbeit melden musst, dann musst du ja immer die Information sagen, ohne dass du die Hilfe da hast. Ja, deswegen übe das unbedingt schon davor. Dann, wenn du das einmal gemacht hast, wie das Fach zum Beispiel, kann ja auch nur 5 Minuten jeweils dauern, dann schau dir die Sachen nochmal an, also wiederhole die nochmal und dann bist du schon ganz gut vorbereitet. Ja, also wenn du wirklich im ersten Moment versuchst, das ohne Hilfe abzurufen und das dann nochmal wiederholst, dann ist schon extrem gut. Was ich dir dann auch empfehlen würde, ist vielleicht auch einfach zu jedem Fach, da merkt ihr auch, wie einfach es eigentlich ist, ja, das hat so einen großen Effekt, zu jedem Fach einfach nur einen Fakt zusätzlich zu recherchieren. Eine einzige Sache, wenn ihr in Wirtschaft gerade Wechselkurse habt, ja, dann gebt einfach nur einmal bei Google Wechselkurse ein. Und dann kommt da, vor zwei Tagen wurde, wurde, ist der Dollar um 20% gefallen, ja. Was passiert, eben sprichst du im Unterricht über Wechselkurse und wenn du da auch ein bisschen geübt dran bist, solche Dinge dann auch neu einzubringen, das willst du lernen, wenn du es jeden Tag nicht so vorbereitest. Sagst du, ah ja, das hat man ja auch vor zwei Tagen gesehen, dass ja der Dollar gesunken ist und so weiter und da ist es jetzt auch viel teurer für uns irgendwie zu importieren, exportieren, was auch immer. Und das schafft so starken Eindruck und es kostet euch jeden Morgen vielleicht 10 Minuten, wenn ihr für alle Fächer, wenn ihr das schnell und zügig macht. Und das ist halt so geil, deswegen macht das bitte unbedingt. Und ganz ehrlich, das ist auch das Wichtige, so viel mehr müsst ihr als Vorbereitung gar nicht machen. Ja, das ist keine große Sache, wo du doch mal extra viel mehr lernen musst, sondern es ist mehr eine kleine Gewohnheit im Sinne von, ich versuche selbst noch mal abzurufen, welche Informationen es überhaupt gibt, die ich können muss, ohne Hilfe abzurufen. Ich versuche das Ganze noch mal zu wiederholen, um es wirklich frisch parat zu haben und dann suche ich mir noch einen Fakt zusätzlich aus, den ich in jedem Fach extra anbringen kann. Und das wird euch so stark helfen, vor allem auch für diejenigen, die mal an den 12, 13 Punkten in der Mitarbeit hängen und nie auf die 14, 15 Punkte kommt. Das ist genau das, was ihr braucht, um wirklich auch konstant sehr, 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 sehr gute Noten zu schreiben und vor allem auch in der Mitarbeit zu bekommen. Und deswegen sucht euch da einfach 20, 30, vielleicht auch 40, von mir aus auch eine Stunde oder eineinhalb Stunden jeden Morgen, je nachdem, wie ambitioniert ihr diesbezüglich eben seid. Macht das jeden Morgen und ihr werdet richtig krass auf Änderungen gespürt. Ja, deswegen genießt ihr den Denk dran, ich glaube an dich, wir werden uns im nächsten Video, dein Leo. I wanna know, what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream. I can't let none of these looks intervene, no. Most of these blessings I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.